Autos begleiten uns auf vielen Reisen des Lebens. Der erste Urlaub, in den wir mit unseren Kindern und unseren Geliebten fahren. Das erste Date, das wir von zu Hause abholen. Der erste Streit, bei dem wir wütend wegfahren und uns danach wieder versöhnen. Der erste Roadtrip, bei dem unsere Liebste auf dem Beifahrersitz einschläft. Autos sind unsere treuen Begleiter. Sichere Häfen für glückliche Fahrten und stille Kulissen für unvergessliche Momente. Wir von Porsche Interauto sind stolz darauf, ein Teil davon zu sein. PIA, weil das Leben eine Reise ist. Happy Valentine's Day!